hallo hier ist der martin von money monkeys das ist die dax analyse für nun freitag den 2.9 2022 und ja unser dax hat man bis dahin reifen aufgezogen die hat allerdings relativ tief erst gefunden im bereich um 12.600 und sieht dann doch ein bisschen anders gleich aus also auch auf tagesebene muss man sagen weil hier gerade mal noch so die kurve gekriegt muss ich schon sagen hätte ich ihm gar nicht zugetraut auf dem niveau ich da ist kein retracement mehr da ist eigentlich also eigentlich ist da opfer und malz verloren deswegen bin ich auch noch ein bisschen nicht ganz optimistisch dass das jetzt tatsächlich hier eben auch richtig in einem fetten freitag bis 15 13.050 endet ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren wir gucken uns gleich an wasser wo für welche route machen kann denn wie jeden tag schauen uns immer alle beiden seiten an schauen uns immer mindestens ein politisches und mindestens ein bärisches szenario an meistens sogar auch mal zwei je nachdem was ich immer im dax anbietet also wir hatten jetzt auch die letzten tage immer mal wieder welche die gesagt haben mensch warum sprichst du da immer nur davon dass er steigt oder warum sprichst du immer nur davon dass er fällt und das ist halt so wie er zuhört na also mit jeder hat so eine gewisse erwartungshaltung jeder glaubt dass der markt steigt glaubt dass der markt fällt und man neigt schnell dazu wenn man jetzt im markt zum beispiel steigen sehen will und jemand fängt jetzt eine analyse an und erzählt aber was von fallen dann ist sie sofort schlecht die analyse dann ist sie sofort schlecht die analyse und man klemmt das weg man will das nicht hören man hört nicht zu aber das ist eigentlich nicht sinn und zweck beim trading sondern man sollte wirklich versuchen neutral immer alle blickpunkte ja ein bisschen im blick zu behalten und auch wahrzunehmen halt na also das ist für euch wichtig und deswegen versuche ich auch immer beide seiten darzustellen so man muss ganz klar sagen für den donnerstag haben wir beide seiten versucht darzustellen und auf der unterseite klar gesagt wenn der unter 67 geht er halt auch recht tiefer wenn jede runter auf die 670 und dann geht er gegebenenfalls auch auf 12 3 12.500 und 12.000 53 dass er das zu einem donnerstag durchaus eben schaffen kann na ja das ist typisch ist für einen donnerstag und dass er auch mal richtig raus rammeln kann aber was hat er nicht getan er hat sich hier unten gefangen gesagt auf einem niveau wo ich ja sagen würde warum warum das niveau verteidigen halt na also da sind nun weiß nicht was es weiß nicht was er sich dabei gedacht hat vielleicht würde wollte sich im freitag noch besser vorlegen die leute alle ein bisschen longer machen dass die jetzt alle denken hier ist steigt freitag sonst wie viele 500 punkte und dann braucht braucht er nochmal 500 runter also ich würde auf dem freitag auf jeden fall unterseitig wissen aufpassen wenn wir hier wirklich druck reinkriegen ich glaube er hat jetzt ein bisschen überraschungsmoment aufgeblümt durch dieses unten anziehen und wieder auskontern ich kann mir gut vorstellen dass er steigt ja ich würde das ganz ganz ich möchte schon beide seiten besprechen aber einfach hätte das denke ich eher unten raus also nach so einer aktion jetzt hier weil es irgendwo um niemals land jetzt hier gedreht wenn wir jetzt hier einfach wieder runter dreht die leute aber echt long geil gemacht hatten die hauen dann alle früh dagegen wenn der ein bisschen runterrutscht und dann rutscht er weiter und weiter 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 und die hat die leute einmal long drin die meisten privatanleger kriegen das nicht hin die früh einmal long minus drin haben dann handeln die nicht mehr short ja und dann handelt die bis zum letzten stundenschlag handeln die noch mal long und entweder werden sie erlöst oder in peinliche erniedrigung ins wochenende rausgekickt ja also von daher ist es natürlich auch gewissermaßen ein reiz wenn unser dax hier beispielsweise jetzt einfach nur in die 800 820 rein sticht am morgen und sich nach unten dreht und dann wieder weg kegelt das soweit das bärische szenario also wenn er runter fällt wird sich auch weiterhin davon ausgehen dass wir dann auch tiefer gehen können auch hier mal wieder ein paar mit den letzten tag haben gar keine feile gesetzt sehe ich gerade genau hier mal ein feilchen mitnehmen also wenn er da tiefer geht glaube ich dass wir auf die linie so ein bisschen auflaufen je nachdem wann er das dann tut gibt sie natürlich ein bisschen höher oder tiefer jetzt liegt sie im moment im bereich um 380 370 auf dem freitag sind dann aber über den montag dienstag noch ab richtung 12.300 und tiefer grundsätzlich übergeordnet wird sich natürlich auch erwarten wenn er denn tiefer geht also auch die 12.500 richtig bricht das dann natürlich auch ein größerer flock aufgeht aber so die großen bilder groß big pictures und längerfristige sachen die kommen zu meinen wenn wir bin an dann am wochenende im premium dienst an das will ich jetzt hier dann eigentlich nicht mit raus gibt der leute die bezahlen dafür nicht dass die sich dann da ärgern wenn sowas breit getreten aber fakt ist das kann ich vielleicht vorweg nehmen oder mitgeben das wird werde auch an anderen stellen gehört und gesehen haben oder vielleicht auch selber erkannt haben der bereich um 12.500 ist auf großer ebene enorm wichtig für den dax enorm wichtig wir haben da schon einen doppelboten am wochenchart drin stehen ja das heißt in denen jetzt zu verteidigen beispielsweise von 12.600 schon und wieder richtig nach oben zu drehen hat halt auch einen gewissen charme bricht der bereich nämlich nach unten kann ich mir schon vorstellen dass vielleicht der ein oder andere käufer sagt na wir legen es mal lieber nicht drauf an nicht dass uns die den unten kaputt treten und dann die ganzen verkäufer uns überrennen wir drehen die lieber ein paar punkte vorher und sind auf der sicheren seite würde eine klare käufer dominanz ableiten ja von der wird das passende wenn die 12.500 im großen bild bricht also ich dann dann geht da unten richtig was auf also richtig was auch finde ich bloß 100 200 300 500 600 800 punkte da wirklich ganze ganze menge mehr dann auch drin so also sollten wir einen start erleben jetzt haben wir ganz schön um frei die ganze zeit herum geredet naja ne das berg eigentlich habe ich schon erklärt ich brauche nicht wiederholen ich fasse es ganz kurz kriegt unser dax richtig stress nach unten rein drückt sich auch unter 700 zurück bin ich sehr skeptisch bin ich vorsichtig glaube dass er errichtung 550 wieder ab braucht sollte sich aber positiv zeigen im idealfall vielleicht sogar ein bisschen schwächer reinkommen dass er eben nicht dieses long ködern macht sondern eher vielleicht sogar noch mal short ködern ein bisschen tiefer reinkommen 47 37 37 37 47 37 so noch mal kurz nach unten und er dreht sich dann hoch und rammt dann wieder über die 12.800 drüber macht es gäbe zu bei 820 und stürzt dort nicht ab dann kann ich mir gut vorstellen dass der dann zum freitag ein bisschen noch höhenflug kriegt und auch aus dem hammer im tag ist schaut die mir da jetzt definitiv stehen haben werden da brauche ich mir die tag ist gar nicht angucken das sehe ich schon hier wurde eröffnet hat und geschossen hat und wenn er den haben wir jetzt natürlich nach oben aufdreht 12 59 bis zum extrem sogar 13 50 möglich ja das ist die oberseite also wir haben hier unten den trainer wir können oben jetzt mal hier noch ein bisschen einen kleinen ein trend mit angelegen keine trendlinie wie haben wir die immer gemacht lila haben wir heute ein bisschen was wissen was gemalt hier für freunde und bekannte hier mit preisen dieselpreisen an die scheiße habe ich schon wieder weggemacht soll ich euch kurz zeigen warte mal ja ich ist mal hingesetzt haben wir ja auch immer mehr bekannte da gefragt haben habe ich aber selber gemalt im gas und wien also im benzin richtigen benzin future future mal aufbereitet wie denn hier eigentlich was gerade passiert hat also ukraine krieg war hier hat 166 an tank gekostet dann ist gestiegen okay preis ist auch gestiegen ist nachvollziehbar es müssen deutlicher an der tanke gestiegen glaube ich nie passt sogar es ist okay es ist okay gewesen dann kam der einführer und tank rabatt es wurde eigentlich günstiger aber eigentlich auch nicht mehr warum man dann so im bereich 185 der kann es die ganze zeit der preis gefallen ich selber auch schon zu meiner frau immer wieder gesagt jetzt muss man nicht tanken halten das wird günstiger das wird günstiger brauchst du nicht aber an der tankstelle genau das gegenteil passiert und dann heute ich dachte ich fall vom glauben ab 2 euro 9 jetzt ohne tank rabatt also aber für euch das gar nicht so wichtig ist ja mehr so für die sich nicht so mit wir zu beschäftigen den kann man so was mal zeigen dass sie auch ein bisschen merken was eigentlich passiert aber ja vielleicht ist dem einen oder anderen von euch auch gar nicht so bewusst geworden weil immer nur auf den dax guckt und nicht auf die anderen sachen also wir haben jetzt hier gerade in die trendlinie gezogen wollten sagen hier ist der abwärts trend um euch zu sagen oder ich habe den gezogen um euch zu sagen als wenn der abwärts trend entbrechen sollte und unser dax aus dieser komischen formation heraus die wir hier ja schon ein bisschen wie so eine kleine verkeilung hatten doch noch nach oben sich rausgeflutscht bekommt auch wieder über 12 69 dann kann ich mir gut vorstellen dass es hier eher eine richtung 350 dann wieder geht aber dafür sollte auch hier wieder hat sich über der 13.000 etablieren dann ja können wir vielleicht so lassen den hier oben kann ich weg durch die kümmern hat später noch mal neu hinmalen dann der bleibt ja wichtig oder wir machen es einfach so was man jetzt im zweiten gleiche dran und fertig ist das pony so Lass mal so stehen Lass mal so stehen Mach ich zu Gutes gelingt Viel Erfolg Die webinar leute kriegen noch einen termin gesagt morgen Ich bin mir nicht sicher ob wir es vielleicht am montag machen wegen us feiertag Aber kriegt ihr noch mal info und alle anderen hören wir dann am sonntag für das video zum montag wieder bis dahin tschüss wie Vielen Dank.